So kleine Schoggeschenke für eine Erstkommunion oder Färmung kann man ganz einfach selber basteln. Dazu habe ich den Designkarton Weiss mit der Autorfarbe Deluxe in Altrosa und Rosigold, gerade mit einem Tupfschwemmchen, eingereben und es trocknet sehr schnell. Nachher habe ich mit der Schneidmaschine etwa bis 6,5 cm zwei Streifen geschnitten und beim Einten habe ich noch einen Zentimeter abgeschnitten. Bei diesem kleineren Teil stanz ich jetzt mit dem Schmetterlingstanzer den Schmetterling raus und dann bei beiden Teilen noch falten. Beim grösseren etwa bei 1,5 cm und beim kleinen Teil etwa 0,5 cm. Das Ganze wird dann zusammengeliemen mit dem Rubelkohl und auf einen Schmetterling stanz ich noch für dich Stempfeln aus dem Stempfelset Familienanlässe. Ich stanz ich den Schmetterling auch mit dem Rubelkohl draufleimen und mit einem Lochern noch Löcher machen, damit ich ein Spendalchen ziehen kann. Und jetzt kann ich das kleine Gastgeschenk mit Schokolade, sei es mit einem Herzli oder sonst irgendwie mit etwas füllen.